Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es um das Importieren von Bildern in Capture One und zwar genauer gesagt in einen Capture One Katalog und wie man die Bilder dann organisieren kann, damit man sie auch dann recht schnell wieder findet. Gleich nach dem Intro geht's los. In den meisten Fällen arbeite ich natürlich mit Sitzungen. Das ist ja praktischer mit den ganzen Projekten und Shootings, die ich habe. Ich kann aber verstehen, wenn man lieber einen Katalog hat und das Ganze dann eben verschlagworten kann, sortieren kann und alles auf einen Blick hat. Deswegen habe ich hier jetzt nochmal einen Katalog für meine letzten Reisen erstellt und da habe ich schon ein paar Bilder importiert. Dazu komme ich dann nachher. Wie importiere ich eigentlich Bilder? Dazu habe ich in einem leeren Katalog, habe ich hier in der Mitte im Viewer einen riesen Button, wo Import steht. Den habe ich jetzt hier nicht, weil ich schon Bilder hier drinnen habe. Ihr könnt aber auch Bilder hier importieren über dieses Icon hier, Bilder importieren oder über die Dateimenü-Struktur hier. Da könnt ihr auswählen, ob ihr normal Bilder von einer Speicherkarte oder von einer Festplatte importiert. Ihr könnt einen Katalog importieren, das ist für die Interessant, die von Lightroom umgestiegen sind. Die können hier direkt einen Lightroom-Katalog importieren. Aber man kann aber auch eine Sitzung importieren. Und das werde ich nachher machen. Ich zeige jetzt einmal einfach den Bild-Import, das Import-Fenster hier. Dazu kann ich, haben wir eine kleine Änderung in Capture One 21 und zwar habe ich hier diese Checkbox hier. Früher war das eben so, dass ich die Bilder einfach angeklickt habe und die Bilder sind ausgewählt gewesen für den Import fertig. Ich werde das jetzt hier aber einfach rausnehmen, weil wir können jetzt hier mit Shortcuts arbeiten, wenn ich ein paar Bilder auswählen will und importieren will. Dazu ein Bild auswählen, da ist es nur mehr ausgewählt. Und mit Shortcuts, also ich kann entweder mit der Maus hier draufdrücken, dann habe ich hier ein Bild zur Auswahl für den Import. Ich kann das aber auch mit einem Shortcut machen. Das wäre die Taste P für Pick. Und wenn ich das Ganze wieder wegnehmen möchte, dann die Taste X für Uncheck. Ich kann das Ganze aber auch, wenn ich mit der Shift-Taste drücke, kann ich mehrere Bilder auswählen. Ich kann das aber auch mit der Leertaste machen. Hier habe ich aber die Doppelfunktion, also ich kann auswählen und wieder wegnehmen die Bilder. Schauen wir einmal auf die linke Seite von unserem Import-Fenster hier. Ich kann auswählen, von wo ich das Ganze importieren möchte. Das heißt, von einer SD-Karte zum Beispiel oder von der Festplatte. Dann kann ich Unterordner einbeziehen. Das ist bei Sessions auch interessant. Oder wenn ich mehrere Bilder auf einmal importieren will von verschiedenen Bereichen, dann kann ich das hier auch machen, Unterordner einbeziehen. Und ich kann auch gleich direkt Duplikate ausschließen. Das heißt, Capture One kann ausrechnen, okay, es sind ähnliche Bilder, die lassen wir raus. Aber der Bildimport wird dann ein bisschen länger dauern oder dass man die ganzen Miniaturansichten hat. Dann lädt das Ganze etwas länger. Ich mache das aber lieber so, ich habe die Bilder lieber schneller importiert und sortiere sie nachher dann eher aus. Ich kann dann hier auswählen, wo sie hin importiert werden sollen. Das heißt, ich habe drei Möglichkeiten. Ich kann sagen, in den Katalog direkt importieren. Das heißt, sie werden auch physisch in diesen Katalog hinein importiert. Das heißt, die Datenbank wird immer größer und größer. Was eine andere Möglichkeit wäre, ich kann den Katalog hinzufügen. Das heißt, physisch sind die Bilder zum Beispiel auf einer externen Festplatte oder auf einem NAS-System. Und die Katalogdatei ist auf meinem Laptop oder auf meinem PC. Und ich kann die dann direkt dort in die Datenbank reinfügen. Das würde ich in den meisten Fällen empfehlen, weil ansonsten der Katalog und die Katalogdatei viel größer wird. Also wenn ich den ersten Punkt auswähle, das heißt, eher den zweiten oder den dritten machen. Der dritte ist dafür da, wenn ich zum Beispiel von einer SD-Karte importieren will, kann ich dann direkt von der SD-Karte in den Katalog importieren bzw. hinzufügen. Ich kann das aber auch dann in einen Ordner kopieren. Ja, also ich kann sagen, okay, von der SD-Karte in mein Dateisystem hinein. Wenn ich einen älteren Katalog schon habe, dann kann ich eine Sammlung vorab schon erstellen und dann kann ich das direkt dann in diese Sammlung importieren lassen. Das heißt, ich kann sagen, okay, mein letzter Italienurlaub, der wird dann direkt in den Ordner Italien rein kopiert. Ich kann eine Aufnahmesammlung und ein ausgewähltes Album erstellen. Ich nehme jetzt hier aber die letzten Importe. Ich kann ein Backup aktivieren. Wenn ich meine Dateien frisch importieren möchte, dann kann ich dann auch umbenennen. Ich mache das jetzt einmal nur kurz auf. Und ich kann hier mit diesen Elementen hier, kann ich direkt sagen, okay, es war zum Beispiel in Italien. Ich kann das Datum hinzufügen, wann das fotografiert wurde und so weiter. Ich kann da eine Latte an Möglichkeiten, die voreingestellt sind, hinzufügen. Also einfach mit Drag & Drop zum Beispiel. Oder ich kann händisch irgendwelche Namen reingeben. Okay, das wäre einmal eine Möglichkeit. Dann kann ich hier Metadaten hinzufügen. Ich kann das Copyright und die Beschreibung machen. Ich habe Dateienfos und ich kann auch meine Bilder anpassen lassen. Wenn ich schon Stile vorher habe, wenn ich einen gewissen Bildlook haben möchte, dann kann ich das Ganze schon beim Import, das Capture One das übernimmt, einstellen. Ich habe jetzt hier aber diese Bilder ausgewählt. Ich nehme die jetzt da hier her. Drücke einfach auf Importieren. Ich habe die vorher schon in der Sitzung drinnen gehabt. Okay, schließen. Ich habe den Part jetzt einfach übersprungen. Ihr könnt euch merken, einfach wenn ihr Bilder aus einem Katalog löscht und dann dieselben Bilder wieder importieren wollt, dann fragt Capture One nach, ob ihr die Bilder wirklich importieren wollt, weil ihr habt sie vorher gelöscht. Okay, sei es drum, ich habe hier den Toscana Roadtrip einfach als Sitzung importiert. Das funktioniert so, indem wir Datei Sitzung importieren und dann geht ihr einfach auf die Sitzungsdatenbank und diese drückt einfach nur auf Öffnen und das Ganze wird importiert. Kommen wir zu unserer Bibliothek. Wie können wir das Ganze organisieren? Wir haben hier im Register Bibliothek, das ist gleich das erste Register. Wenn ihr das nicht habt, dann einfach mit der rechten Maustaste hier oben draufdrücken, Werkzeugregister hinzufügen, Bibliothek. Dann funktioniert das und ihr habt das dann wieder hier drinnen. Das Tool Bibliothek ist wie folgt aufgebaut. Wir haben oben einen Bereich, wo ihr zwischen den Sitzungen und den Katalogen hin und her wechseln könnt. Dann könnt ihr auch hier einfach eine neue Sitzung oder einen neuen Katalog erstellen. Des Weiteren haben wir hier dann die Katalogsammlungen und das ist quasi die Ordnerstruktur von einem Katalog oder die Basisstruktur von dieser Datenbank. Weil ihr habt hier alle Bilder, die ihr jemals importiert habt in diesen Katalog, habt ihr hier aufgelistet. Also hier von diesen Reisen hier, die ich hier erstellt habe, wären das einmal so knapp 5.900 Bilder. Dann habt ihr des Weiteren die letzten 10 Importe, die ihr euch angezeigt, die ihr hinzugefügt habt zu diesen Bildern und dann habt ihr noch die letzten Aufnahmen und den Papierkorb. Aber wirklich interessant wird es dann erst mit den Bildersammlungen und da habt ihr hier die Möglichkeit, dass ihr die Benutzersammlungen Alben, intelligente Alben, Projekte oder Gruppen hinzufügt. Der Unterschied ist einfach der, das Einzige, wo ihr aktiv Bilder hinzufügen könnt, das wäre in ein Album. Das ist quasi ganz normal wie bei einer Sitzung, einfach Bild reinschieben und die Sache ist gegessen. Ihr habt auf einen Ort die ganzen Bilder. Man könnte es ja natürlich jetzt auch machen, okay, ihr wählt zuerst alle 5 Punkte oder 5 Sterne Bilder aus und die fügt ihr dann dort rein, dann habt ihr das auch. Ich bin aber eher der Fan davon, dass man das mit einem intelligenten Album macht. Das heißt, wir können hier jetzt einfach sagen, ich mache jetzt hier meine Gruppe auf, wo alle Reisen drinnen sind und da sage ich jetzt, okay, ich möchte jetzt alle Bilder haben, intelligentes Album, die eine Top 4 Bewertung haben. Okay, dann öffnet sich ein Fenster, wo ihr die intelligenten Alben nach Suchkriterien bearbeiten könnt. Das heißt, ihr könnt sagen, ich möchte jetzt zum Beispiel die Bewertung haben, ist größer oder gleich, na, ist gleich 4 Sterne. Dann sichert ihr das Ganze. Ihr könnt natürlich so viele Bewertungen reinhauen, wie ihr wollt, aber ich habe hier Top 4 Bewertungen und es werden alle Bilder hinzugefügt, die ich jemals mit einer 4 Sterne Bewertung versehen habe. Das heißt, das funktioniert nachher auch so, wenn ihr später in diesen Katalog Bilder hineinfügt und ihr bewertet das Ganze mit 4 Sterne, werden die in diesem intelligenten Album automatisch hinzugefügt. Die kann ich jetzt hier oben andocken hier. Gruppe ist quasi so für, also wie in Ordnung bei den Explorer, damit ihr mehr Struktur in eurem Katalog habt und nicht nur Alben, da könnt ihr das Ganze auch sortieren. Projekt ist so wie bei einer Sitzung, das heißt, als Beispiel, ich fahre nach Venedig und mache dort eine Sitzung, die füge ich dann hinzu, dann ist das ein Projekt. Der große Unterschied ist dann nachher beim intelligenten Album, weil wenn ich zum Beispiel bei Venedig ein intelligentes Album hinzufügen möchte, dann nimmt dieses intelligente Album, egal was ich für Kriterien jetzt nehme, nimmt ihn nur aus meinem Projekt Venedig heraus. Und so kann ich das Ganze wieder ein bisschen organisieren, das Ganze. Das heißt, wir nehmen das intelligente Album. Ich möchte jetzt daheim alle Maskenbilder. Die nehmen wir jetzt Top-Maskenbilder, weil ich war ja zu Karneval dort. Das heißt, ich nehme alle Bilder, die eine Farbmarkierung haben. Und ich habe die mit Magenta versehen. Dann habe ich eine Bewertung drin. Ist größer oder gleich 3. Und das Ganze sichere ich mir. Dann habe ich meine Top-Bilder. Das habe ich dann hier. Das wird jetzt einmal kurz geladen. Und dann habe ich meine ganzen Bilder, die von Capture One mit diesen Kriterien gefunden wurden, eingefügt. Das wären also hier ein paar Bilder, wo ich sage, okay, das waren meine Top-Bilder. Die kann ich da jetzt hinzufügen. Wenn ich das Ganze eben in der Gruppe mache, ein intelligentes Album, dann nimmt es vom ganzen Katalog die Fotos her, die irgendwie von mir mit Kriterien bewertet wurden und werden da hinzugefügt. Unterschied ist eben beim Projekt. Nur aus diesem Projekt funktioniert das intelligente Album hier. Ich habe hier zum Beispiel in Venedig die ganzen Langzeitbelichtungen mit einem extra Album versehen. Dann habe ich hier Masken. Die passieren jetzt einfach nur auf Farbmarkierungen. Cityscapes zum Beispiel, wo ich einfach durch Venedig durchgegangen bin und fotografiert habe, was das Zeug hält. Und dann habe ich meine Session-Ordners, beziehungsweise die Favoriten, die ich in meiner Session hier gemacht habe. Das sieht man jetzt hier auch zum Beispiel, die Favoriten wäre eine Gruppe und dann habe ich jeweils ein Album, das ich extra erstellt habe, hier drinnen in meinen Favoriten-Ordnern. Natürlich kann ich das Ganze nicht nur mit Farben markieren und Bewertungen, also ich kann das Ganze noch verschlagworten. Das kommt aber im nächsten Video. Wenn euch dieses Video eben gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr auch benachrichtigt werdet, wenn das nächste Video kommt. Wir sehen uns dann beim nächsten Video und bis dahin dann. Ciao! Ciao!